Ich komme zu Tagesordnungspunkt 2, Regierungserklärung der hessischen Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten und Bevollmächtigten des Landes Hessen beim Bund betreffend Hessens Zukunft heißt Europa. Die vereinbarte Redezeit ist 20 Minuten, Frau Ministerin. Das ist die Orientierung für Sie. Ich rufe damit Tagesordnungspunkt 54 und Tagesordnungspunkt 55 auf, die beiden in den Ausschuss überwiesen werden. Die Reihenfolge, die vereinbart worden ist, sind die Landesregierung, die SPD-Fraktion, die GRÜNEN, DIE LINKE, FDP, CDU und Frau Kollegin Öztürk, sofern Sie das wünscht. Ich erteile das Wort der Frau Staatsministerin Putzrich. Bitte schön. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Europa ist in Bewegung, und Europa bewegt die Menschen. Sie interessieren sich wieder für das, was in Europa passiert. Vor allen Dingen diskutieren Sie und demonstrieren. Besonders erfreulich ist, Sie demonstrieren nicht gegen etwas, sondern gerade in unserem Lande für etwas. Das ist ein ermutigendes Zeichen in einer Zeit, die ausgesprochen schwierig ist. Schauen wir auf die Wahl des künftigen französischen Präsidenten. In der ersten Runde hat sich der Kandidat durchgesetzt, der erfreulicherweise für Europa steht. Aber man darf nicht übersehen, dass immerhin 40 % der Wählerinnen und Wähler dort für Kandidaten votierten, die Europa ablehnen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir uns anschauen, was in den Niederlanden geschehen ist, in den Niederlanden sah es lange so aus, als würde der Rechtspopulist Gerd Wilders die Mehrheit bekommen. Zum Glück ist es anders gekommen, und die Wählerinnen und Wähler haben ihm nicht das Mandat gegeben. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir uns im vergangenen Wochenende anschauen, ist etwas passiert, was wir uns nicht gewünscht hatten, nämlich dass der Fahrplan für den Brexit von den 27 Staats- und Regierungschefs beschlossen werden musste, um den Austritt des Vereinigten Königkreises aus der Europäischen Union zu beraten und den Weg fortzugeben. Natürlich gehört bei der Aufzählung dessen, was nicht schön ist, und es gehört auch dazu, was in der Türkei passiert. In der Türkei, in der mit denkbar knapper Mehrheit ein Weg beschritten wird, in dem sich die Türkei von der Demokratie wegbewegt und leider auch von Europa wegbewegt. Sehr geehrte Damen und Herren, das waren einige wenige Beispiele, bei denen man sagen könnte, das sei wenig ermutigend. Aber lassen Sie mich ganz deutlich sagen, es gibt sehr viel, dass er uns sehr zuversichtlich machen kann. Sehr zuversichtlich, aber auch nicht selbstgewiss. Wenn wir uns den bevorstehenden zweiten Wahlgang in Frankreich für den französischen Präsidenten ansehen, dann macht es uns schon Mut, dass er im Moment der Favorit Emmanuel Macron ist. Aber das ist nicht selbstverständlich. Wir wissen, dass es richtig und wichtig ist, dass diejenigen, die einen europafreundlichen Kurs gehen wollen, sich auch für die Wahl Macrons aussprechen. Ich kann nur sagen, dass ich mit großer Sorge sehe, wenn der Kandidat der LINKEN, Mélenchon, zwar vor Le Pen warnt, aber nicht den Mut hat, zu sagen, dass man Macron wählen sollte, weil wer nicht zur Wahl geht, hat seine Wahl verschenkt. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Insofern gehört es dazu, für Europa zu werben. Wenn wir uns anschauen, dass der Wahlkampf von Emmanuel Macron einer gewesen ist, und das macht wieder Mut, indem er sich ganz klar ohne Wenn und Aber zu Europa bekannt hat, dann muss man sagen, dem einen oder anderen Zögerer hier, der gern relativiert, dem sollte man nur sagen, nehmen Sie sich ein Beispiel daran, nehmen Sie sich ihn als Vorbild. Man kann pro Europawahlen gewinnen. Paradoxerweise sitzen viele Europaskeptiker innerhalb der Europäischen Union. Viele Europaskeptiker innerhalb der Europäischen Union. Wenn wir uns bei Beitrittskandidaten oder bei neuen Mitgliedern umschauen, sehen wir, dass dort flammende Befürworter der Europäischen Union sitzen. Wenn Sie sich die Staaten ansehen, oben im Lettland, in Estland und in Litauen, sind glühende Befürworter der Europäischen Union da, weil sie sagen, Europa gibt uns Sicherheit. Wenn Sie sich die Staaten auf dem Balkan ansehen, die Beitrittsstaaten sehen, dann wissen die sehr gut, dass nur der Beitritt zur Europäischen Union dort dauerhaft Stabilität, Frieden und Sicherheit gewährleisten kann. Da wurde der tatsächliche Sinn Europas erkannt. Sehr geehrte Damen und Herren, Europa hat eine starke Anziehungskraft für viele Länder, die unsere Staatengemeinschaft schätzen. Dennoch gibt es wiederum andere, die Europa zu ihrem Sünden Bock machen. Wenn irgendetwas im eigenen Land nicht so richtig funktioniert, dann ist das Brüssel. Das macht man gerne, um von der eigenen Verantwortung abzulenken, um Verantwortung abzuschieben. So kann man auch das Votum des britischen Volkes beim Brexit deuten. Da ging es nicht nur um eine Entscheidung für oder gegen Europa, sondern es ging um ein Bündel von Motiven. Die wesentlichen davon waren rein innenpolitisch, aber tragisch für Europa. Insofern, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir mit dem Ergebnis zu leben, mit einer Trennung, die wir nicht wollten und die wir dennoch vollziehen müssen, mit einer Trennung, bei der wir alle miteinander sehr darauf achten müssen, auch wir in unseren Gesprächen, auch bei den Bemühungen, die wir zutage legen, dass wir Freunde und Partner bleiben in schwierigen Zeiten. Wir haben gemeinsam Interessen, auch wenn wir zukünftig getrennte Wege gehen. Die Europäische Union muss klarstellen, dass die erste Verantwortung, die sie in diesen Verhandlungen zu tragen hat, die Verantwortung für die Menschen in der Europäischen Union ist, für die Bürgerinnen und Bürger in unseren Ländern, sowohl hier als auch in Großbritannien. Es gilt festzuhalten, dass wir einen gemeinsamen Weg gehen, dass wir uns nicht verfeinden und dass wir uns um das Wohl der Menschen kümmern, wie ich es eben sagte, und vor allen Dingen geschlossen bleiben. Ein Gutes hat der Brexit. Er hat gezeigt, dass man durchaus in schwierigen Zeiten zusammenstehen kann. Es ist gelungen, dass sich 27 Staaten auf gemeinsame Verhandlungskriterien festgelegt haben, dass sie zusammengeblieben sind, dass es keine Vorverhandlungen gegeben hat, dass es keine Nebenverhandlungen im Eigeninteresse gegeben hat und dass man hier einen gemeinsamen Weg geht. Das, was am Gipfel oder beim Rat beschlossen wurde, am vergangenen Wochenende macht auch ein Stück Mut für die Europäische Union. Man sieht, es geht gemeinsam. Die Verhandlungsleitlinien, die am Wochenende beschlossen werden, zeigen ganz klar auf, dass ein Staat, der sich dazu entschließt, aus der Europäischen Union auszusteigen, nicht mehr die Rolle spielen kann, die er als Mitglied der Europäischen Union hat. Das heißt, die 27 Staaten werden deutlich aufzeigen, dass Großbritannien als Drittstaat nicht mehr die Rechte haben wird, die Großbritannien als Mitglied der Europäischen Union hat. Ich glaube, das ist auch deutlich zu machen, ganz nüchtern zu sagen, dass man, wenn man in einer starken Mannschaft gemeinsam spielt, erfolgreicher ist, als als Einzelkämpfer sein Glück versuchen zu wollen. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, Deutschland, das ist wieder das Bedauerliche und auch für Hessen, wird einen wichtigen, wesentlichen Partner innerhalb der Europäischen Union verlieren. Ein Land, das nicht nur ein starkes Geberland ist, und deshalb werden auch die finanziellen Folgen schwierige sein werden. Deshalb werden auch die finanziellen Regelungen einen entsprechenden Punkt in den Verhandlungen haben, sondern viele andere Positionen, die wir geteilt haben. Für uns war Großbritannien ein wichtiger Partner bei wichtigen Sichtweisen. Zum Beispiel haben wir viele Dinge in den Bereichen der Finanzen oder der Stabilitätskriterien geteilt. Nun ist es aber unsere Aufgabe, aus dem Brexit das Beste zu machen. Da muss man ganz klar sagen, bei aller Trauer und Sorge um das Ausscheiden von Großbritannien aus der Europäischen Union, Resignation ist keine politische Option. Deshalb haben wir gehandelt. Unmittelbar nach dem Referendum wurden in Hessen bundesweit einmalige Strukturen geschaffen. Das gibt es nur in Hessen. Es wurde eine Struktur geschaffen, in der das Finanzplatzkabinett einberufen wurde. Das hat Ministerpräsident Volker Bouffier sehr zügig nach dem Austritt Großbritannien, nach dem Referendum getan, in dem entsprechende Projektgruppen gegründet wurden, in dem eine Stabsstelle in der Staatskanzlei gegründet wurde, um hier die entsprechenden Aktivitäten zu koordinieren, um auch die Risiken festzustellen und die notwendigen Chancen zu ergreifen. Dieser Brexit ist nicht folgenlos für die Bürgerinnen und Bürger hier in Hessen. Wir wollen aber nicht nur die Risiken aufzeigen und die Risiken minimieren, wir wollen auch die Chancen ergreifen. Na klar, dieser Brexit kann auch eine Chance für den Finanzstandort Frankfurt sein, ohne Leichenflätterei zu betreiben. Wir sind hier das bedeutendste Finanzzentrum auf dem Kontinent. Deshalb sind wir auch im hohen Interesse daran interessiert, hier die negativen Auswirkungen zu minimieren und die entsprechenden Chancen zu ergreifen. Chancen zu ergreifen, nicht nur im Bereich der Finanzen, sondern auch in anderen Dingen. Im Bereich der Wissenschaft, der Wirtschaft, der Kultur und viele Dinge, die uns hier in unserem Land beschäftigen. Dass wir diesbezüglich Partner gefunden haben, ist besonders erfreulich. Wir haben Partner gefunden, die mit uns kämpfen, das heißt andere Bundesländer, Rheinland-Pfalz und Bayern, und auch die Bundesregierung. Wenn ich das eben anspreche, zahlreiche Gespräche, die wir mit anderen Bundesländern geführt haben, haben dazu geführt, dass wir gemeinsam darum kämpfen, hier die europäische Finanzaufsicht nach Frankfurt zu bekommen. Ich kann nur sagen, dass das Finanzplatzkabinett letzte Woche in Brüssel getagt hatte, war wieder ein Schritt der Ermutigung, weil sich auch der Vertreter der Bundesregierung, der Staatssekretär aus dem Finanzministerium, ganz klar positioniert hat und gesagt hat, es gibt einen Standort, den wir unterstützen, das wird Frankfurt in Hessen sein. Insofern haben wir diesbezüglich eine gute Arbeit geleistet. Wir wissen, dass wir lange noch nicht am Ziel sind, dass wir Partner brauchen. Das ist die Bundesregierung, das sind auch andere Bundesländer. Deshalb haben wir uns darüber gefreut, dass die Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz bei uns der Staatskanzlei gewesen sind, aus dem Kabinett, und gesagt haben, wenn wir die Region stärken tun, dann machen wir das grenzübergreifend, länderübergreifend. Wir machen das gemeinsam. Das lassen auch die Bayern von Ihrer Seite keinen Zweifel daran lassen, dass die Finanzaufsicht hier in Frankfurt richtig angesiedelt ist. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, der Brexit ist für uns eine schwierige Situation. Die Landesregierung ist in vielen Bereichen diesbezüglich engagiert und involviert. Ich kann nur dazu aufrufen, dass jeder von Ihnen das entsprechend auch tut. Wir haben guten Grund, über unseren Standort gut zu reden, für diesen Standort zu werben. Wir müssen uns nicht klein machen. Wir sind hier groß. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, das ist die eine Entwicklung Großbritannien. Eine andere Entwicklung möchte ich ansprechen, die uns und die Menschen in unserem Land in einer besonderen Art und Weise bewegen. Das ist das, was in der Türkei passiert. Das Referendum am 16. April ist so ausgegangen, wie wir es uns nicht gewünscht hatten, wie wir es befürchtet hatten und von dem wir nur sagen können, das umtreibt uns mit großer Sorge. Ja, eine knappe Mehrheit der Türken, die in der Türkei und außerhalb der Türkei haben dafür gestimmt, dass die Verfassung geändert wird und dass es ein autokratisches System à la Erdogan geben wird. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt kann man sagen, es waren nur 51 %, die es knapp geschafft haben. Aber es sind 51 %, die sich durchgesetzt haben. Aber an der Stelle möchte ich auch eine besondere Anerkennung aussprechen. Auf der anderen Seite gab es viele, die nicht für ein Ja geworben haben, die für ein Nein geworben haben. Es bedurfte eines außerordentlichen Mutes der Menschen in der Türkei, in der Situation des Ausnahmezustandes, eine Kampagne zu betreiben und zu sagen, wir wollen nicht, dass die Verfassung geändert wird und dass wir uns von der Demokratie entfernen. Es geht ja weiter, dass Repressalien dort ausgeführt werden, dass es Verhaftungen gibt. Wenn wir uns die Verhaftungswellen anschauen, die letzte war gerade letzte Woche. Da sind auch Menschen in Bursa aus unserer Partnerregion betroffen. Gerade letzte Woche wurden wieder Menschen verhaftet, und zwar 15 Mitarbeiter des Amtes für Soziale Sicherheit, fünf Polizeibedienstete und neun Angehörige von Polizeibediensteten. Das heißt immer mehr. Die Verhaftungen ziehen immer größere Kreise. Da muss man ganz deutlich sagen, die Türkei entfernt sich leider von demokratischen Grundwerten. Zum jetzigen Zeitpunkt ist ein Beitritt der Europäischen Union völlig ausgeschlossen und leider in weite Ferne gerückt. Man muss auch deutlich sagen, die Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen macht nur Sinn, wenn beide Partner auch einen Beitritt wollen. Bei dem, was Erdogan eben sagt, kann man nicht sehen, dass er daran arbeitet, sich der Europäischen Union zu nähern. Das ist bedauerlich. Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Aber wir dürfen auch die Brücken nicht komplett abbrechen lassen. Wir dürfen auch die demokratischen Kräfte dort nicht entmutigen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, die demokratischen Kräfte dort zu ermutigen. Gerade deshalb halten wir auch an unserer Partnerschaft und an die Verbindungen in die Region Bursa aufrecht. Gleichzeitig fordern wir auch die türkische Regierung dazu auf, rechtliche Standards und Prinzipien umzusetzen. Wir fordern auch ganz klar die Freilassung des Journalisten Deniz Yücel. Beifall bei der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der LINKEN Er ist nicht der einzige Stellvertretende für viele andere. Er ist zwar der bekannteste Fall. Aber weit über 100 Journalisten sind dafür bestraft worden, dass sie das tun, was für eine Demokratie selbstverständlich ist, vielleicht in einer unbequemen Art und Weise, aber ihre Meinung zu äußern, Pressefreiheit zu nutzen und dann dafür wiederum verhaftet werden. Ich glaube, unsere Verantwortung ist, solche Fälle immer wieder anzusprechen, weil solche Fälle nicht in Vergessenheit geraten dürfen. Nur so können wir helfen. Sehr geehrte Damen und Herren, wenn wir uns über den Zustand der Europäischen Union unterhalten, lassen Sie mich auch einen Blick in andere Regionen ganz kurz richten, aufgrund der Redezeit relativ beschränkt. Vor 13 Jahren wurden im Rahmen der EU-Osterweiterung zehn neue Staaten in die Europäische Union aufgenommen. Mit vielen der ehemaligen Ostblockstaaten haben wir ausgesprochen freundschaftliche und gute Beziehungen, auch ähnliche oder gleiche Vorstellungen von demokratischen Prinzipien. Es gibt aber auch Staaten, bei denen wir sagen, da muss noch einiges für die Integration getan werden. Wenn ich hier ein paar Beispiele nenne, dann sind wir auch dazu verpflichtet, klare Worte zu sprechen bezüglich dessen, was in Polen passiert. Das Thema Rechtsstaatsdialog. Mit großer Sorge umtreibt uns auch die Gesetzgebung der Orban-Regierung und all das, was im Moment zum Beispiel diskutiert wird, um die Existenz der Soros-Universität. Auch die Migrationspolitik der Visegrad-Staaten zeigt, dass wir noch einen hohen Bedarf des Austauschs miteinander haben. Lassen Sie mich an der Stelle ganz klar sagen, die EU hat klare Regelungen. Diejenigen, die hineingekommen sind, haben auch die Regelungen akzeptiert. Also müssen sie eingehalten werden. Falsch verstandene Toleranz bei Regelbruch schwächt die Gemeinschaft. Das wollen wir nicht. Helmut Kohl hat einmal in einem Satz zusammengefasst. Europa ist unsere Zukunft. Europa ist unser Schicksal. Dass es die Menschen in unserem Land auch so sehen, das sehen Sie an aktuellen Umfragen. Die Gesellschaft für Konsumforschung hat entsprechende Umfragen erhoben. Die Deutschen, als sie gefragt wurden, die Frage war, die Mitgliedschaft der EU bringt uns vor allen Dingen Vorteile. Die meisten Menschen sagen, dass sie Vorteile in der Mitgliedschaft der Europäischen Union sehen. Fast zwei Drittel bedauern den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union. Drei von vier Deutschen würden in einer eigenen Volksabstimmung für den Verbleib in der EU stimmen. Ja, das ist doch mutmachend. Da kann man doch nur sagen, das ist doch wunderbar, wenn die Menschen in unserem Land sehen, warum wir Europa brauchen. Deshalb müssen wir diesen guten Geist auch aufgreifen und uns in dieser Art und Weise dafür einsetzen. Es gibt Menschen in unserem Land, die sich intensiv einsetzen. Schauen Sie sich die Menschen an, die in Frankfurt, in Hessen, in Deutschland, in England und in europäischen Städten auf die Straße gehen, zusammengefasst unter Parts of Europe. Das sind Menschen, die auf die Straße gehen und sagen, wir wollen für Europa kämpfen. Die haben für sich damals den Spruch entwickelt, als es um die Niederlande ging, bleibt bei uns. Bleibt bei uns. Wenn wir uns diejenigen ansehen, die aktiv sind, mit denen ich vor kurzem noch einmal in den Initiatoren in Frankfurt sprechen konnte, dann kann ich nur sagen, Respekt vor dem, was dort Menschen ehrenamtlich tun. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD Wenn man sich eine solche Veranstaltung ansieht, dann kann man bildlich übertragen sagen, das blaue Band der Aktivisten, nämlich die Farbe Europas, zieht sich dabei wie ein roter Faden durch die Aktion. Ja, endlich sind diejenigen auf der Straße, die sich für etwas äußern, die die lange geschwiegen haben und die nicht mehr denjenigen das Wort geben oder das Gehör geben oder die Übermacht, die die Miesmacher und die Gegner sind. Gut, so sage ich. So viel Europabewusstsein, so viel Europa in den Nachrichten, in den Zeitungen, in den Sendern, so viel Nachdenken und Diskussionen über Europa, das hatten wir in dieser Art und Weise selten. Und auch das macht Mut. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich ja, dass gerade im Rahmen oder im Zeitpunkt der Römischen Verträge, 60 Jahre Römische Verträge, die Menschen für das auf die Straße gehen, das wertschätzen, was Europa auch ausmacht, nämlich Frieden, Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Das macht die EU aus, und dafür stand sie von Anfang an. In den vergangenen Wochen habe ich, nicht nur ich, auch Staatssekretär Weinmeister, häufig Schulen besucht. Vorher ist immer die spannende Frage, was junge Menschen an Europa interessiert. Was ist für sie bei Europa wichtig? Dann sind es genau die Dinge, die ich eben gerade anspreche. Es sind nicht die kleinen Dinge. Es sind tatsächlich die großen Antworten. Die jungen Leute sagen, wir wollen in Frieden, in Freiheit und Demokratie leben. Das heißt, die jungen Menschen verbinden genau dieses mit Europa, und die jungen Menschen verbinden Europa mit ihrer Zukunft. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Deshalb werden wir uns in diesem Bereich zukünftig noch mehr engagieren, noch mehr mit jungen Leuten, weil das diejenigen sind, die diesbezüglich gute Meinungsmacher sind. Wir sind diejenigen, die auch die Jugendlichen motivieren wollen, ihnen Angebote schaffen wollen, sei das in unseren Landesvertretungen, sei das in der Schule, sei es bei Jugendgruppen, beim Europäischen Netzwerk, also bei vielen Möglichkeiten, wo wir sie entsprechend einbinden können. Sehr geehrte Damen und Herren, ja, das sind die jungen Leute, von denen wir heute sagen können, das sind diejenigen, die wollen, dass ihre Zukunft Europa heißt und die nicht das zulassen wollen, was in Großbritannien entstanden ist, dass Ältere rückwärts betrachtet ihre Zukunft verhindert haben. Ich darf Sie auf die Redezeit aufhören. Sehr geehrte Damen und Herren, 60 Jahre römische Verträge heißt, dass die Menschen auch wissen wollen, wie es in Europa weitergeht, wie Europa aussehen wird. In Europa aussehen gibt es Vorschläge von der Europäischen Kommission, die in dem sogenannten Weißbuch zur Zukunft Europas zusammengefasst wurden. Diese Vorschläge, die es gibt, sind so schön genannt von 1 bis 5. Wenn wir jetzt den Leuten erklären würden, ich bin für Variante 1, 2, 3, 4 oder 5, würden sie uns wieder nicht verstehen. Insofern will ich an der Stelle auch nur die Szenarien ganz kurz anreißen. Es war richtig, dass die Kommission entsprechende Vorschläge gemacht hat, genau aus dem Grund heraus, dass nicht irgendjemand Vorschläge macht und beschließt, sondern dass sich die Bürgerinnen und Bürger mit diesen Vorschlägen beschäftigen und damit auseinandersetzen. Dass sie darüber nachdenken, wie die Europäische Union zukünftig aussehen kann, und dass wir auch nicht den Eindruck erwecken, als wäre alles so einfach, als gäbe es auf schwierige, komplexe Fragen einfache Antworten. Das ist das Geschäft der Nationalisten und der Populisten. Wir müssen betonen, dass Europa nicht das Projekt der Politiker oder irgendwelche angeblichen oder tatsächlichen Eliten sind, sondern dass Europa ein gemeinsames Projekt, an dem jeder seinen Anteil hat, und dass jeder die Möglichkeit hat, seine Zukunft entsprechend mitzubestimmen. Jeder Einzelne bestimmt mit seiner Stimme, mit seinem Engagement für seine eigene Zukunft und damit über Europa. Insofern, sehr geehrte Damen und Herren, ja, wenn ich die Szenarien des Weißbuchs anspreche, dann gibt es zwei Dinge, die ich nur herausgreifen will. Weiter wie bisher, mit Sicherheit nicht. Oder nur das Schwerpunkt auf den Binnenmarkt, mit Sicherheit auch nicht. Europa ist mehr. Wir haben Errungenschaften, die mehr als Binnenmarkt bedeuten, wobei der Binnenmarkt extrem wichtig ist. Insofern kann man sagen, weder das eine noch das andere und auch die Option zu sagen, viel mehr gemeinsames Handeln muss man dem Realitätscheck ein Stück unterziehen. Wir sind im Moment nicht in dem Zeitpunkt, in dem die Menschen die Vereinigten Staaten von Europa, den Bundesstaat Europa, haben wollten. Sie sind im Moment in einer Situation, in der Sie sagen, wir wollen eine Stabilisierung der Situation haben. Wir wollen gemeinsam die Herausforderung bewältigen. Wir wollen es gemeinsam schaffen. Wir wollen zusammenbleiben. Ich finde es ausgesprochen begrüßenswert, dass diese Themen öffentlich verhandelt werden, öffentlich beraten werden und wir die entsprechenden Foren und Möglichkeiten nutzen. Wir als Landesregierung wollen die entsprechenden Möglichkeiten nutzen, Veranstaltungen und Foren nutzen, um genau über solche Vorstellungen zu diskutieren. Denn wir werden häufig gefragt, wo man denn seine Idee einmal einbringen kann. Jede einzelne von uns, jede einzelne Abgeordnete, die Landesregierung und die vielen Verbände, Institutionen und Vereinigungen können das tun. Was hat sich bewährt? Was muss man verändern? Was muss man anders tun? Natürlich stimmt an der Stelle eines, und zwar das, was immer vorangeht, das Subsidiaritätsprinzip. Wir als Hessen wissen das. Wir als Bundesländer wissen das. Was man vor Ort am besten regeln kann, soll man dort tun. Was man auf anderen Ebenen besser tun kann, soll man dort tun. Insofern heißt das Subsidiaritätsprinzip, alles auf der unteren Ebene zu erledigen, was dort geschehen kann. Das hat Kommissionspräsident Juncker mit den Worten Big and Big Things und Small and Small Things zusammengefasst. Das ist richtig so. Da soll die Grundlage sein, auch wiederum mit den Menschen entsprechend in Kontakt zu kommen. Wie wichtig zusammenarbeiten zu sein, das wissen wir. In vielen Bereichen der Sicherheit. Wir wissen, dass die Zukunft der Verteidigung eine höhere Rolle spielen wird. Wir wissen auch, dass der Bereich der Terrorbekämpfung ein wichtiger ist, in dem wir zusammenarbeiten müssen. Es gibt Dinge, in denen wir mehr miteinander tun müssen, in denen wir grenzüberschreitend arbeiten müssen, in denen wir Daten austauschen müssen, um den Menschen entsprechend Sicherheit zu gewährleisten. Wenn die Menschen merken, dass das, was man vor Ort am besten kann, vor Ort tut, und in den Bereichen, in denen es Menschen besser geht, wenn man es gemeinsam tut, wenn man sicher in Wohlstand und Demokratie leben kann, wenn man das gemeinsam tut, dann haben wir auch eine hohe Zustimmung zu Europa. Insofern haben wir einen ganzen Bereich von Aufgaben, die wir hier entsprechend zu erledigen haben. Die Diskussionen und die Vorschläge des Weißbuches werden von der Kommission auch entsprechend ergänzt, um die Bereiche soziale Dimension, Globalisierung, Wirtschafts- und Währungsunion, Europäische Verteidigung und Zukunft der Finanzen. Das ist das, worüber die Menschen reden wollen. Lassen Sie mich zum Schluss noch kurz ansprechen, die Aktivitäten, die wir als Landesregierung an den Tag legen. Ja, wir haben, das habe ich bei der letzten Regierungserklärung gesagt, ein Netzwerk gestrickt. Dieses Netzwerk wird immer dichter, die Knoten werden immer fester, die Stränge werden immer enger. Wir haben dabei drei Schwerpunkte. Der eine ist, ein politisches Netzwerk zu schaffen, von Wiesbaden nach Berlin und nach Brüssel. Das heißt, für unsere hessischen Interessen einzutreten, das sind die politischen Interessen. Das zweite ist ein Netzwerk derer zu schaffen, die innerhalb Hessens aktiv sind, um sich für Europa einzusetzen, in unterschiedlichsten Gruppierungen und Institutionen. Inzwischen sind in diesem Netzwerk rund 340 aktive Mitglieder, die sich engagieren. Das dritte, was ich anspreche, sind die Begegnungen mit Menschen, die sich für Europa interessieren, die wir begeistern wollen, die wir entsprechend mitnehmen wollen. Das sind die Begegnungen. Für uns ist es wichtig, diese drei Schwerpunkte auszubauen, auszufüllen und vor allen Dingen nicht irgendwo von Europa zu reden, sondern bei den Menschen unter ihnen. Insofern werden wir den Schwerpunkt unserer Aktivitäten immer dorthin legen, wo darüber gesprochen wird, in Schulen, auf Plätzen und bei Veranstaltungen. Insofern möchte ich darauf hinweisen, dass wir auch die Eröffnung der Europawoche dieses Mal in einer besonderen Art und Weise durchführen werden. Es wird keine akademische Feier werden. Es wird nichts Konfrontatives sein. Es wird nicht sein, wo wir vortragen. Wir werden am kommenden Freitag hier auf dem Mauritiusplatz in Wiesbaden und werden eine Aktion machen, eine interaktive Aktion, in der wir dort stehen und auf die Leute zugehen werden. Sie fragen, was Europa für mich bedeutet. Sie können dazu sagen, was Europa für Sie bedeutet, im Guten und auch in den Kritikpunkten. Das heißt, mit den Menschen ins Gespräch zu kommen, anfassbar zu sein. Ich kann Sie nur entsprechend aufrufen. Machen Sie mit, auf diese Art und Weise zu den Leuten zu gehen und nicht zu dozieren. Abschließend bei allen Veranstaltungen, für die die Zeit zu knapp ist bei 20 Minuten Redezeit, von der ich weiß, dass sie überschritten ist, möchte ich aber ein Zitat von Richard von Weizsäcker nennen, von dem ich finde, dass es wunderbar auf Europa passt. Richard von Weizsäcker hat gesagt, die Weimarer Republik ist letztendlich nicht daran gescheitert, dass zu früh zu viele Nazis, sondern dass zu lange zu wenig Demokraten vorhanden waren. Das gilt auch für Europa. Heute kann man sagen, die EU wird nur dann scheitern, wenn es zu wenig Europäer gibt. Deshalb lassen Sie uns alle gemeinsam für Europa kämpfen. Ehrlichen Herzens, Pro und Sins. Hessens Zukunft heißt Europa. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Frau Ministerin. Die Regierungserklärung ist abgegeben. Aufgrund unserer Geschäftsordnung wachsen den Oppositionsfraktionen zweieinhalb Minuten zu. Das ist viel, Herr Kollege. Aber das klingt schon. Deswegen rufe ich jetzt auch zur Aussprache als Erstes den Vorsitzenden der Fraktion der SPD, Herrn Kollegen Schäfer-Gümbel. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessens Zukunft heißt Europa. So der Titel der Regierungserklärung der Landesregierung. Wenn ich versuchen würde, sie zusammenzufassen, ist das, glaube ich, wie folgt möglich. Erstens. Wir haben große Herausforderungen angesichts der Präsidentschaftswahlen in Frankreich, angesichts des Brexit, aber auch der politischen Situation in der Türkei. Zweitens. Das Weißbuch der Kommission liegt vor, und man muss darüber reden. Drittens. Bei Sicherheit muss jenseits des Austritts von Großbritannien ein hohes Interesse an Zusammenarbeit in der Zukunft liegen. Viertens. Die Landesregierung – jetzt müssen Sie applaudieren – macht einen total tollen Job, ist total wichtig und total beliebt. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Ich will Ihnen gelegentlich helfen, Herr Bomberg. – Kleine Sorge, der humoristische Teil ist gleich vorbei. Fünftens. Im Jahr 2009 hat die Landesregierung 340 Veranstaltungen gemacht, und im Jahr 2016 1.200. Das Ganze zumindest nach dem schriftlichen Manuskript versehen mit ein paar interessanten Hinweisen zu Netzwerkstrukturen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage das an dieser Stelle nicht zum ersten Mal. Anspruch und Wirklichkeit bei Regierungserklärungen dieser Regierung fallen häufig auseinander. Das gilt erst recht und ausdrücklich – ich habe das bei einer der letzten Regierungserklärungen zu Europa schon einmal formuliert – ganz ausdrücklich für Regierungserklärungen zum Zustand Europas. Ihre Regierungserklärung – ich werde das gleich im Detail erläutern – offenbart ein fehlendes Problembewusstsein und damit auch fehlende Lösungskompetenz. Europapolitische Oberflächlichkeit wird jedenfalls die großen Herausforderungen, von denen Sie einige wenigstens adressiert haben, nicht beantworten. In Europa geht es auch um politische Interessen und um Macht. Dazu muss man irgendwann einmal, sehr geehrte Frau Ministerin, eine Haltung einnehmen. Europa wird auch dann scheitern, wenn man – wie in Ihrer Regierungserklärung geschehen – einseitig auf nationale Interessen Deutschlands oder Hessens in Europa schielt. Deswegen will ich ganz am Anfang – ich habe mich entschieden, heute ein bisschen Klartext über Europa zu reden, weil ich glaube, dass die europapolitischen Oberflächlichkeiten, die Sie teilweise hier im Saal verbreitet werden, uns nicht mehr weiterbringen. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der SPD – Ich glaube, dass sich die Debatte angesichts der Lage in Europa wirklich lohnt. Deswegen will ich ganz bewusst mit einem Zitat Ihrer Regierungserklärung anfangen, nämlich dem Zitat, das Sie von Helmut Kohl eingebaut haben. Europa ist unsere Zukunft, Europa ist unser Schicksal. Ich finde – ich bin kein Freund der Politik von Helmut Kohl, das ist ein offenes Geheimnis –, dass man Helmut Kohl zumindest attestieren muss, dass er ein Grundverständnis davon hat, dass Europa eine bestimmte Rolle in Europa hat und dass der Erfolg auch unseres Landes unmittelbar mit einer Ausbalancierung von Interessen liegt und nicht nur an der Durchsetzung nationaler Interessen. Deswegen will ich Ihnen sagen, Kohl muss man nicht nur zitieren, man muss ihn auch einordnen können. Helmut Kohl war immer ein konservativer Europäer. Aber er hatte eben ein Verständnis für die notwendige Ausbalancierung der Interessen und Gewichte in Europa, anders als seine Nachfolgerin. Die Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion ist ein Paradebeispiel dafür. Ich teile ausdrücklich nicht alle Elemente der Ausgestaltung der Wirtschafts- und Währungsunion und des Euros. Aber dass die Wirtschafts- und Währungsunion so ist, wie sie ist, ist Ausdruck der Ausbalancierung europäischer und nationaler Interessen angesichts eines weitreichenden Integrationsschrittes. Dafür, finde ich, hat Helmut Kohl nicht nur Verständnis verdient, sondern im Kern auch Dank. Altbundeskanzler Helmut Schmidt hat das 2011 auf dem SPD-Bundesparteitag in Berlin wie folgt auf den Punkt gebracht. Wenn wir Deutschen uns verführen ließen, gestützt auf unsere ökonomische Stärke, eine politische Führungsrolle in Europa zu beanspruchen oder doch wenigstens den Primus inter pares zu spielen, so würde eine zunehmende Mehrheit unserer Nachbarn sich wirksam dagegen wehren. Die Besorgnis der Peripherie von einem allzu starken Zentrum Europas würde ganz schnell zurückkehren. Die wahrscheinlichen Konsequenzen solcher Entwicklungen wären für die EU verkrüppelnd, und Deutschland würde in Isolierung fallen. Die sehr große und sehr leistungsfähige Bundesrepublik Deutschland braucht auch zum Schutze vor sich selbst die Einbettung in die europäische Integration. Deshalb verpflichtet seit Helmut Kohls Zeiten, seit 1992 der Art. 23 des Grundgesetzes, uns zur Mitwirkung bei der Entwicklung der Europäischen Union. Ich sage das heute, weil bei manchem Akteur auf der Bundesebene und bei manchen politischen Entscheidungen der letzten Jahre, auch in den Kabinetten der Bundeskanzlerin Angela Merkel, man doch deutlich den Eindruck gewinnen muss, dass das nationale deutsche Interesse sehr viel stärker die europäische Agenda bestimmt als zu den Zeiten von Helmut Kohl. Ich halte das ausdrücklich für einen Fehler, meine sehr verehrten Damen und Herren. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN sowie bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Deswegen möchte ich, anders als Sie, im Kern in vier Punkten einige Bemerkungen zum Zustand der europäischen Integration und den Notwendigkeiten, den politischen Notwendigkeiten formulieren. Erstens. Wo stehen wir? Es ist bereits diese Sprache, die unser Europa spaltet, die wir im Moment erleben, eine Sprache von Nationalisten und Teilen auch der europäischen Konservativen. Stimmungsmache statt Verantwortung für das Ganze, Populismus statt Vernunft, Egoismus statt Zusammenhalt, Globalisierungsverlierer gegen Globalisierungsgewinner. Auch dieser Politikstil hat im Übrigen ganz wesentlich zum Brexit und anderen europapolitischen Entwicklungen beigetragen. Ich will Ihnen ausdrücklich widersprechen in Ihrer Einschätzung, dass CITA nahezu beinahe an einer belgischen Teilregierung gescheitert wäre. CITA stand in Gefahr zu scheitern, weil ein Teil der europäischen Zivilgesellschaft, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, der Umwelt- und Naturschutzverbände, der Journalisten, der Kulturschaffenden die Sorge davor hatte, dass Mechanismen geschafft werden, die Standards europäischer demokratischer Politik unterlaufen, die sich in einer knochenharten Intervention einer Teilregierung, einer Regionalregierung in Belgien manifestiert haben. Ich erwähne das deswegen, weil wir ernsthaft einmal auf die Ursachen schauen müssen und nicht nur auf die Mechanismen, über die sich bestimmte Kernfragen transportieren. Da war mir Ihre Regierungserklärung entschieden zu oberflächlich. Überall in Europa wurden die Rechtsnationalisten gestärkt, im Süden des Kontinents die soziale Spaltung vertieft und im größten und erfolgreichsten Wirtschaftsraum. Ich sage, dass das nach wie vor die größte Humanitätskrise, die Europa seit Langem Langem erlebt hat, im größten und erfolgreichsten Wirtschaftsraum des Klobuses ertrinken Menschen auf der Flucht im Mittelmeer. Gegen die älteste Demokratie der Welt wird an den Finanzmärkten munter spekuliert, in der Hoffnung, dass man den Euro zerschießen kann. Wahrheit ist, dass das Erbe konservativer Europäer wie Helmut Kohl heute wenig übrig ist. Das ist Teil des Problems des Zustands der Europäischen Union. Ich stelle das an den Anfang meiner Ausführung, weil die zentralste aller Aufgaben ist, dass das Hoffnungsversprechen auf eine bessere, gerechtere, sozialere und friedlichere Zukunft für die Bürgerinnen und Bürger in Europa erneuert werden muss. Das ist das, was Europa in den letzten Jahrzehnten stark gemacht hat. Das ist das Hoffnungsversprechen, das erodiert aus vielen unterschiedlichen Gründen, das aus meiner Sicht erneuert werden muss. Deswegen will ich an den Anfang ganz ausdrücklich das Thema Arbeit, Ausbildung und soziale Sicherheit stellen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Ministerin, wenn 50 % der jungen Menschen unter 25 Jahren in Griechenland, in Italien, in Spanien, in Portugal, in Frankreich ohne Ausbildung und Arbeit sind, verlieren wir eine ganze Generation. Da ist das Kernproblem Europas. Deswegen muss festgehalten werden, dass die Antikrisenpolitik nach der Wirtschafts- und Finanzmarktkrise 2008 gescheitert ist. Man kann sich nicht aus einer Krise heraus sparen. Das ist nicht nur eine Verantwortung der Krisenstaaten, sondern es ist wegen des Euroverbundes am Ende auch eine Herausforderung für den gesamten Euro-Raum. Frau Ministerin, zur Wahrheit gehört auch, wenn wir über die Krisenhaftigkeit der europäischen Integration sprechen, dass insbesondere die Politik und die Regierungsentscheidungen mit Blick auf das erste Antikrisenpaket für Griechenland kurz vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen etwas ausschließlich damit zu tun hat, dass die damals konservativ geführte Bundesregierung keinerlei Interesse hatte, eine Debatte zuzulassen, dass eine solche Krise eben auch mit Geld verbunden ist. Das ist uns bis heute sehr teuer gekommen. Damals entschieden zu reagieren, hätte die europäische Krise auf dem Arbeitsmarkt und in der Wirtschaftssituation deutlich erleichtert. Deswegen ist es auch eine Verantwortung der europäischen Konservativen, die hier strukturell versagt haben. Ich will das wiederholen. Es gibt natürlich auch ganz entschieden und zualler vorderst eine Verantwortung der Krisenländer selbst. Dass die politischen und ökonomischen Eliten auch in diesen Krisenländern mitversagt haben, habe ich hier von diesem Pult mehrfach in den letzten Jahren immer wieder gesagt. Aber so, wie ich das eine benenne, benenne ich auch das andere. Herr Boddenberg, Sie werden niemals ernsthaft zu einem Lösungsmechanismus in Europa kommen, wenn Sie nicht bereit sind, auch diesen zweiten Teil einmal anzuerkennen, dass dort ein Problem existiert. Das hat viel mit Ihrer Partei auch in Deutschland zu tun. Wir brauchen Investitionen in Arbeit und Ausbildung. Deswegen sage ich ausdrücklich, dass die Investition, beispielsweise der Fraport in griechische Flughöfen, richtig und notwendig ist. Anders als andere halte ich das für einen wichtigen Beitrag, und auch für einen richtigen. Aber es wird dabei nicht bleiben können, sondern wir werden auch mehr öffentliche Investitionen brauchen, Investitionen, die man nicht aus Haushaltsausgabenresten zusammenkratzen kann, um anschließend irgendeine runde Summe darstellen zu können, die man in der europäischen Zielgesellschaft verkaufen kann und so tun kann, als hätte man das Problem gelöst. Genau das ist der falsche Ansatz. Was wir ernsthaft brauchen, ist ein europäisches Investitions- und Konjunkturprogramm. Jacques Delors bzw. Jean-Claude Juncker hat das mehrfach versucht, zu initiieren, und er ist immer wieder am deutschen Finanzminister in diesen Fragen gescheitert, wie er an anderen Fragen der Haushaltsgesetzgebung immer wieder am deutschen Finanzminister scheitert. Ich will das auch mit Blick auf das Thema Finanztransaktionssteuer sagen, übrigens einen gemeinsamen Beschluss von CDU, FDP, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und Sozialdemokratischer Partei im Deutschen Bundestag, die die Einführung der Finanztransaktionssteuer in einer gemeinsamen Entschließung in der letzten Periode unter Einbeziehung und klarer Benennung, dass die Finanztransaktionssteuer Teil des Fiskalfaktes ist, der Finanzierung dessen, was wir dort verabredet haben, dass es nicht sein kann, dass dieses Projekt nach wie vor aus den Reihen torpediert wird. Ich will ganz explizit auch Sie nennen, Herr Bouffier. Sie haben unlängst vor wenigen Tagen in einem finanzpolitischen Gespräch am Finanzplatz Frankfurt ausdrücklich dafür gelobt, dass Sie seit vielen Jahren mit allem, was Sie können, dagegen zu Fälle ziehen, dass die Finanztransaktionssteuer kommt. Ich will das am heutigen Tag sagen, dass es ausdrücklich falsch und widerspricht der gemeinsamen Beschlusslage im Deutschen Bundestag. Wenn wir über die Krise Europas reden, werden wir auch über die Krise in der Migrations- und Flüchtlingspolitik zu reden haben, und zwar mit sehr unterschiedlichen Dimensionen. Ich will das wiederholen, was ich hier auch schon mehrfach gesagt habe. Das Dublin-System war so lange gut, solange es Flüchtlinge vom Kern Europas ferngehalten hat. In dem Moment, wo das System nicht mehr funktioniert hat, hat man auch in Deutschland in einer großen Breite darüber diskutiert, dass wir eine andere Flüchtlingspolitik in Europa brauchen. Die Verlogenheit in der Debatte war, dass die Flüchtlings- und Migrationskrise vorher schon groß war und mit den Instrumenten des Dublin-Abkommens nicht zu bewältigen, dass wir eine andere Flüchtlings- und Migrationspolitik brauchen. Das ist übrigens auch eine Frage europäischer Solidarität. Ich will das mit Blick auf Ungarn und die Regierung Orbán ausdrücklich sagen. Ich finde es unerträglich, dass dieser Regierungschef und diese Regierung mit europäischem Geld die eigene Flüchtlingspolitik und das eigene autoritäre Regime entwickelt und finanziert und sich gleichzeitig Viktor Orbán aus der europäischen Verantwortung und Solidarität in der Flüchtlingsfrage entzieht. Das muss aus meiner Sicht auch in Zukunft Konsequenzen in der mittelfristigen Finanzplanung Europas haben. Solidarität ist eben keine Einbahnstraße. Ich würde gerne noch einige Bemerkungen machen zu Steuer-CDs und der Frage, wie wir Steuervermeidungen bekämpft haben oder auch nicht bekämpft haben, wie Sie hier teilweise zu Felde gezogen sind dagegen, dass Steuerhinterziehung in Europa engagiert, unter anderem durch Norbert Walter-Borjans und den Ankauf von Steuer-CDs bekämpft wurden. Ich kann mich gut an die Reden des Ministerpräsidenten dazu erinnern, der hier erklärt hat, dass man das alles nicht machen kann. Heute profitieren Sie davon. Ich will mir das mit Blick auf die Zeit allerdings verkneifen, weil es zwei Themen gibt, die mir am heutigen Tage mindestens genauso wichtig sind wie das erste, Arbeit, Ausbildung und soziale Sicherheit. Das zweite Thema, das ich am heutigen Tag ansprechen will, ist die Friedens- und Sicherheitspolitik. Auch da will ich mit Blick auf manche Entwicklungen einige Bemerkungen machen. Ein Erbe aus über 65 Jahren Frieden auf dem Friedhof der Jahrhunderte, das ist das Friedensvermächtnis der Europäischen Union. Die Friedensperspektive Europas ist ganz sicherlich keine hinreichende Begründung für die europäische Kooperation, aber sie ist mindestens eine notwendige. Es ist allerdings auch offensichtlich, dass dieser Friede in Europa an verschiedenen Stellen ins Wanken kommt und wackelig ist. Zu dem Teil Terror und innerer Sicherheit hat die Ministerin einige Bemerkungen gesagt und wie wichtig dort auch die Zusammenarbeit in Europa ist und bleibt. Aber auch mit Blick auf die äußere Sicherheit haben wir es mit großen Aufgaben zu tun. Auch dort werden wir vor einem großen Konflikt auch innenpolitisch laufen, wenn ich mir anschaue, dass der eine oder andere auf der konservativen Seite der Meinung ist, dass man mit neuen Rüstungsinitiativen mit den aus meiner Sicht nicht nachvollziehenden Einschätzungen der NATO zum sogenannten 2-Prozent-Ziel, was für den bundesdeutschen Haushalt 25 bis 40 Milliarden € mehr bedeuten würde, jetzt in eine neue Aufrüstungsspionale einzutreten. Ich will aktuelle Debatten ganz außen vor lassen. Dass unsere Soldatinnen und Soldaten ein absolutes Recht darauf haben, optimale Ausstattung zu haben, ist davon überhaupt nicht berührt. Wir hatten in den letzten Jahren kein Finanzierungsproblem bei der Bundeswehr. Wir hatten ein Managementproblem, wir hatten ein Organisationsproblem. Aber das, was dort derzeit auf der Rüstungsseite angerührt wird, das halten wir für falsch. Wir glauben, dass es notwendiger ist, mit Blick auf die Krisenhärte dieser Welt, auch am Rande Europas und der Europäischen Union, dass wir mehr Mittel für Krisenprävention und für Friedenssicherung brauchen und weniger Geld für neue Aufrüstungsspiralen, wie sie derzeit in einigen Parteien des Deutschen Bundestages diskutiert werden. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Drittens. Auch das muss am heutigen Tag angesprochen werden. Ein demokratischeres Europa. Wir erleben durch die Art und Weise der Wirkmechanismen des Europäischen Rats, der Ministerkonferenzen und der Europäischen Kommission, dass die zentrale Gestaltungsmacht, nämlich ein demokratisch legitimiertes europäisches Parlament, in seiner Wirkungsmächtigkeit zurückgenommen wird. Dass das Europäische Parlament dabei jeden Strohhalm, jeden Strick ergreift, der ihm aufgrund der europäischen Regeln gegeben ist, ist ein Teil des Problems, weil wir in einigen Bereichen eine Regelungstiefe parlamentarisch bekommen, die manchmal grotesk und absurd anwirkt, während in zentralen anderen Fragen das Europäische Parlament faktisch überhaupt keine Rolle spielt. Auch da würde ich mir wünschen, wenn das stimmt, was die Ministerin gesagt hat, dass nämlich Hessen so beliebt ist, so wirkungsmächtig, so erfolgreich, wie eigentlich die Initiativen und die Haltung dieser Regierung zu dieser zentralen Frage aussieht. Ich teile das, dass es schwierig ist, angesichts der derzeitigen Rahmenbedingungen, in eine abstrakte Institutionen-Debatte einzutreten, weil es nicht das ist, was die Menschen vorrangig beschäftigt. Aber dass die demokratische Perspektive in Europa etwas mit der Friedensperspektive und mit der Gerechtigkeitsperspektive zu tun hat, ist für mich konstitutiv. Deswegen bin ich überzeugter Demokrat. Deswegen hätte ich mir sehr gewünscht, wenn dazu auch etwas gesagt worden wäre seitens der Landesregierung angesichts der Regierungserklärung. Ich will damit all Ihre Bemerkungen zu den anderen Themen nicht kleiner machen. Aber ich glaube, dass wir sehr viel klarer darüber reden müssen, was die eigentlichen Probleme in der Europäischen Union sind und nicht an der Oberfläche bleiben dürfen. Die eigentlichen Probleme liegen darin, dass das Hoffnungsversprechen, das Wohlstandsversprechen der Europäischen Union, so wie sie derzeit funktioniert, nicht mehr eingelöst wird. Dass sich Menschen deswegen von der europäischen Idee abwenden, dass sie deswegen ihre Erwartungen und Hoffnungen in anderen Ideen suchen. Ich will ausdrücklich das unterstreichen, dass Pulse of Europe Teil der Hoffnung ist und die auch Mut macht, dass sich Menschen für die europäische Idee wieder engagieren. Aber auch Pulse of Europe wird irgendwann vor den Knoten geschoben werden, dass sie sich zu diesen Fragen beschäftigt. Denn am Ende geht es um diese Fragen, um die Frage, wie sicher, gerecht und sozial lebt der eine oder andere in dieser Europäischen Union, oder ist er am Ende Spielball von welchen Interessen auch immer. Deswegen lassen Sie uns in Zukunft bei Regierungserklärungen zu diesem Thema aufhören, auf so einer formal institutionellen Ebene zu reden. Lassen Sie uns ernsthaft darüber reden, welche Elemente bei der sozialen Dimension Europas, bei der beschäftigungspolitischen Dimension Europas, bei der wirtschaftspolitischen Dimension Europas aussehen müssen, um am Ende wirkungsmächtig die Idee Europas zu machen. Ich glaube, dass Europa am Ende in der Tat ein Leuchtturm der Demokratie sein kann, dass Europa ein soziales und solidarisches Europa sein kann, dass es eben ein Europa des Zusammenhalts statt der Spaltung ist, ein Europa, in dem sich Menschen schlicht und einfach sicher und wohlbehütet finden. Das war die Idee der Gründungsväter nach den kriegerischen Erfahrungen in Europa. Daran weiterzuarbeiten, würde ich gerne mit Ihnen darüber streiten. Aber das setzt voraus, dass wir von der europapolitischen Oberflächlichkeit auch in den letzten Jahren endlich Abstand nehmen. Herzlichen Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Vielen Dank, Herr Kollege Schäfer-Gümbel. Als Nächste hat sich zu Wort gemeldet Frau Kollegin Hamann für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Bitte sehr, Sie haben das Wort. 20 Minuten Redezeit. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Tausende von Bürgerinnen und Bürgern sind seit Wochen in Deutschland und in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union für den Erhalt der Europäischen Union auf die Straße. Überall zeigen diese Menschen, dass ihnen Europa wichtig ist. Sie wollen nicht zulassen, dass die Europäische Union auseinanderbricht, und sie setzen sich für dieses einzigartige Friedensprojekt ein. Eine dieser herausragenden und kreativen Pro-Europa-Bewegungen ist Pulse of Europe. Es ist bemerkenswert, mit welchem großen Engagement die Organisatoren und die Unterstützer sich für diese gute Sache einsetzen. Mittlerweile beteiligen sich Bürgerinnen und Bürger in mehr als 100 Städten aus 13 Mitgliedstaaten daran. Meine Damen und Herren, wir können dankbar sein, dass die Pro-Europäer lauter und auch sichtbarer geworden sind und in ihrem Engagement auch nicht nachlassen wollen. Denn es ist wichtig, dass endlich die Pro-Europäer auf die Straße gehen und sich dafür einsetzen, dass die Europäische Union bleibt und sich weiter verbessert. Auch am kommenden Sonntag werden wieder viele Menschen in hessischen Städten für die europäische Idee demonstrieren. Für eine Europäische Union der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit, für die Freiheit und Demokratie oberste Grundsätze sind. Meine Damen und Herren, diese Werte sind für uns doch alle so wichtig. Sie bilden die Grundlage unseres Zusammenlebens in Europa. Alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union als auch die Beitrittskandidaten stehen daher auch in einer Verantwortung. Sie stehen in der Verantwortung, für diese europäischen Werte einzutreten. Gerade jetzt heißt es, für diese europäischen Werte zu streiten. Denn nach den ermutigenden Wahlergebnissen in den Niederlanden und zuletzt auch in Frankreich sind die Gefahren doch längst nicht gebannt. Meine Damen und Herren, diese neuen Bürgerbewegungen sind aber ein wunderbares Geburtstagsgeschenk an die EU, die in diesem Jahr das 60. Jubiläum der römischen Verträge feiert. Die Unterzeichnung der römischen Verträge am 25. März 1957 war die Geburtsstunde Europas. Was waren denn die Beweggründe? Es waren die traumatischen Erinnerungen, die auch zwölf Jahre nach Kriegsende des Zweiten Weltkrieges den Menschen zu schaffen machten. Die Erinnerungen an die Millionen von Toten durch den Naziterror waren noch frisch. Es sollte nie wieder Krieg geben. Gemeinsam wollte man Kriege verhindern und Frieden und Wohlstand schaffen. Belgien, Deutschland, Frankreich, Luxemburg und die Niederlande haben sich zu einer europäischen Wertegemeinschaft zusammengeschlossen. Die Unterzeichnung der römischen Verträge führte dazu, dass es innerhalb Europas Europas zu einer nie gekannten Phase des Friedens, der Freiheit, der Sicherheit und des Wohlstands kam. Aus der Europäischen Gemeinschaft für Kohl und Stahl ist eine Union mit starken gemeinsamen Werteordnungen gewachsen. Meine Damen und Herren, dies zu erhalten, ist gerade in Zeiten mit großen Herausforderungen, wie dem Austritt der Briten aus der Europäischen Union, der Schuldenkrise und der weiterhin bestehenden, hochproblematischen Flüchtlingssituation, daher Ziel und auch Verantwortung. Es ist beeindruckend festzustellen, dass sich unglaublich viele junge Menschen gerade jetzt verstärkt für Europa einsetzen. Was war denn der Auslöser? Es sind die Krisen der Europäischen Union. Der Austritt von Christbritannien brachten Deutschlands ältestem europäischen Schülerwettbewerb sogar eine Teilnahmesteigerung von über 10 %. Über 85.000 Schülerinnen und Schüler beteiligten sich kreativ an dem Wettbewerb und warben für die Europäische Union. Zahlreiche Veranstaltungen finden in Deutschland unter dem Slogan Es ist dein Europa. Meine Damen und Herren, das macht Mut. Es sind die jungen Menschen, die hier auf die Straßen gehen, die sich einbringen und Europa haben wollen, die Europa wichtig sehen. Aber wir haben auch Sorgen, wenn wir auf andere Mitgliedstaaten schauen. Mit großer Sorge verfolgen wir die politischen Entwicklungen Polen und Ungarn. In Polen und Ungarn arbeiten die Regierungen daran, das muss man leider so feststellen, die europäischen Werte zu unterminieren. Diese Regierungen profitieren aber von Strukturhilfen und Geldern der EU, haben die Gemeinschaft jedoch zu Hause zum Sündenbock erkoren, gegen den man hetzen kann, wann immer es politisch irgendwie opportun ist. Für uns ist klar, wir müssen und wollen antieuropäischen Tendenzen überall entgegentreten. Die Europäische Union ist eine Solidargemeinschaft, und sie muss es auch bleiben. Lassen Sie uns einen Blick auf Polen werfen. Zwischen Brüssel und Warschau bestehen seit langen Spannungen. Insbesondere das Vorgehen zur Blockade des Verfassungsgerichts und der Kontrolle über die öffentlich-rechtlichen Medien stoßen auf starke Kritik. Aktuell ist die Stimmung durch die Verlängerung des Mandats des Polen Donald Tusk zum EU-Ratspräsidenten gegen die Haltung der polnischen Regierung weiter abgesagt. Doch man muss auch feststellen, Polen ist nicht europafeindlich. Laut einer Befragung der Bertelsmann-Stiftung sind 76 % der 15- bis 24-jährigen Polen der Ansicht, die EU-Mitgliedschaft sei gut für Polen. Aber auch eines muss man feststellen. Die Nationalkonservativen wissen, dass kein Land so viel Geld von der Europäischen Union bekommt wie Polen. Das gibt bei aller Sorge um die politischen Vorgehensweisen der Regierenden auch Anlass zur Hoffnung. Aber auch in Ungarn sind negative Veränderungen erkennbar. Seit Regierungsantritt im Jahr 2010 fordert der rechtskonservative Ministerpräsident Orban die Europäische Union heraus. Seit Kurzem gilt in Ungarn das schärfste Asylrecht innerhalb der Europäischen Union. Ich kann auch hier nur sagen, Solidarität ist keine Einbahnstraße, so wie das Herr Schäfer-Gümbel eben festgestellt hat. Auch hier muss die EU handeln, denn das kann auch die Europäische Union so nicht gefallen lassen. Neben der Hochschulreform, die sogenannte Hochschulreform, denn es ist ja keine, wenn man so genau schaut, welche die Existenz der renommierten US-geführten Central Europe University in Budapest gefährdet, steht auch die Diskriminierung der Roma-Minderheit in der Kritik. Aber es ist auch festzustellen, dass die Kritiker im eigenen Land Orban als Unterdrücker der Freiheit sehen. Man kann auch hier erkennen, dass die Demonstrationen gegen die Regierung zunehmen. Die Zahl der Kritiker in Ungarn wächst. Es bleibt zu hoffen, dass Orban die anschwellenden Proteste auch mit Blick auf seine Wiederwahl im nächsten Jahr zur Kenntnis nimmt, auch fürchtet und die pro-europäischen Kräfte Aufschwung erfahren. Aber lassen Sie mich auch einen Blick in die Türkei werfen. Auch die jüngsten Entwicklungen in der Türkei stehen den gemeinsamen Werten entgegen. Durch die Zustimmung zur Verfassungsreform haben die Türken auch gegen Europa und gegen ein säkulares, aufgeklärtes Miteinander entschieden. Dennoch gilt die politischen Beziehungen zur Türkei und besonders den zivilgesellschaftlichen Kontakt nicht zu verlieren. Ja, ich bin der Meinung, er ist sogar zu stärken. Denn das knappe Ergebnis beweist uns, dass sich fast die Hälfte der türkischen Bevölkerung eine demokratische und auch eine rechtsstaatliche Zukunft wünscht. Gerade diese pro-demokratischen Kräfte müssen wir auch nun unterstützen. Mehr denn je müssen wir uns alle für ein geeintes Europa gegenüber der Türkei für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit eintreten. Ich habe auch Hoffnung, dass auch in der Türkei diese pro-europäischen Kräfte weiter an Stimmen und Zuspruch gewinnen werden. Das heißt für uns als Hessen, wir müssen zum einen den Austausch und den Kontakt mit der Partnerregion Bursa nicht abbrechen, sondern er sollte sogar noch intensiviert werden. Die letzte Fahrt nach Bursa hat uns gezeigt, dass die Menschen in der Türkei auf uns vertrauen, auch auf Hessen vertrauen, dass sie mit unserer Unterstützung auch Rechnung rechnen. Das sollten wir sehr ernst nehmen. Zum anderen denke ich, kann die Verbindung über die in Deutschland lebenden Deutsch-Türken intensiviert werden. Gerade die Menschen mit einer türkischen Verwurzelung, die die Rechtsstaatlichkeit und die freie Öffentlichkeit in Deutschland wertschätzen, können auch in der Beziehung mit der Türkei sehr wirkungsvoll sein. Es bleibt aber unsere Verantwortung, dass für die Türkei die Türen zur EU offen bleiben. Allerdings muss klar sein, dass dies nur für eine weltoffene und demokratische Türkei gilt. Die vielen proeuropäischen Kräfte in der Türkei brauchen dieses Signal und auch weiterhin unsere Unterstützung. Daher sollte die Europäische Union eine Wiederaufnahme der Verhandlungen veranlassen, diese aber wirklich nur zu klaren und strengen demokratischen und auch humanistischen Bedingungen. Die müssen fest geknüpft werden. Die aktuelle Richtung der Türkei macht natürlich eine Aufnahme zurzeit unmöglich. Aber die Option, den Beitritt offen zu lassen, könnte auch zu einem Wandel in der türkischen Politik führen. Ich glaube, das ist etwas, was wir den Menschen in der Türkei als Hoffnung mitgeben müssen, dass hier eine Veränderung möglich ist. Sobald diese Veränderungen eintreten, kann die Türkei durchaus auch ein Mitgliedsstaat einer Europäischen Union werden können, wenn diese Bedingungen auch erfüllt sind. Deshalb halten wir einen formalen Abbruch der Beifrittsgespräche für falsch. Es wäre nach dem Ergebnis dieses Verfassungsreferendums ein guter Zeitpunkt, um die Rüstungsexporte in die Türkei nicht nur partiell auszusetzen, sondern sie auch einmal endgültig zu verbieten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Großbritannien wird ein wichtiger und starker Partner Deutschlands und Hessens in vielen internationalen und auch innereuropäischen Fragen die Europäische Union verlassen. Das stellt einen historischen Einschnitt für Europa und auch für den europäischen Einigungsprozess dar. Der Brexit stellt die Solidarität aller Mitgliedsstaaten auf die Probe. Vor allem Zusammenhalt und Solidarität und die Interessen der verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten müssen jetzt aber wirklich oberste Priorität haben. Der Brexit darf nicht zu einem Beispiel für den Abbau von Freizügigkeit werden. Klar kann es sein Zugang zu den Vorzügen der Europäischen Union nur geben, wenn zugleich alle Grundfreiheiten der Europäischen Union garantiert werden. Es muss mit Großbritannien daher möglichst schnell zu einer fairen Vereinbarung über die künftigen Beziehungen kommen. Einen britischen Austritt à la carte – ich glaube, da sind wir uns alle einig – darf es jedoch nicht geben. Zudem müssen die Rechte der in Großbritannien heimisch gewordenen Bürgerinnen und Bürger von Europas Mitgliedsstaaten gewahrt bleiben. Es darf kein Verhandlungsergebnis mit dem Vereinigten Königreich geben, das auf Kosten der Europäischen Union geht. Gleichzeitig muss aber auch die klare Botschaft gegeben werden, dass Großbritannien die Option eines eventuellen Wiedereintritts nach den Regeln der Europäischen Verträge auch jederzeit offen stellt. Aber eines ist auch klar. Die, die sich durch den Brexit ergebenden Chancen für Hessen, müssen genutzt werden. Das wäre falsch, und da sage ich auch noch einmal, dies nicht zu tun. Das hat auch nichts mit einem Ausnutzen einer Situation zu tun, sondern wir haben die Chance, und wir sollten dies auch nutzen. Dazu gehört nun einmal die Ansiedlung der Europäischen Banken- und Versicherungsaufsicht am Standort der Europäischen Zentralbank in Frankfurt – ich habe es Ihnen noch nicht vorgeworfen, Herr Schäfer-Kümpel – sowie der weiteren Stärkung des Finanzplatzes Frankfurt. Das hat nichts mit Leichenflöterei zu tun, sondern es ist einfach das Nutzen der Chancen, das sagte die Ministerin. Das sind die Chancen, die wir haben. Meine Damen und Herren, das sollten wir auch nutzen. Es ist positiv zu vermerken, wenn ich jetzt noch einmal nach Frankreich und auch nach den Niederlanden schaue, dass gerade in den Niederlanden und Frankreich die pro-europäischen Kräfte gestärkt aus den jüngsten Wahlen hervorgegangen sind. Es ist beruhigend zu sehen, dass Emmanuel Macron mit seinem – so ist es ja – dezidiert europafreundlichen Programm auch ohne die Unterstützung einer Partei so viele Menschen in Frankreich begeistern konnte. Besonders erfreulich war nun einmal das Ergebnis von Macron in Hessen. Wenn er allein in Hessen gewählt worden wäre, hätte er eine klare, absolute Mehrheit erreichen können. Marie Lepin – das hat man auch gesehen – landete mit 3,4 % abgeschlagen auf dem fünften Platz. Da sieht man, dass die Franzosen in Hessen sehr wohl europafreundlich sind. Auch Macron haben ihre Stimme deshalb gegeben, weil sie einen Rechtsdruck innerhalb ihres Landes nicht haben wollen. Wir drücken daher Macron die Daumen für diese anstehende Stichwahl. Denn wir wollen, dass europäische Kräfte diese Wahl gewinnen, Menschen, die sich für Europa aussprechen. Wir hoffen auch, dass dieses starke Europa gemeinsam mit unseren französischen Freunden weiterentwickeln zu können. Ich muss jetzt aber eine kritische Bemerkung dennoch dazu sagen. Das wurde auch schon von dem Vorredner angesprochen. Man muss feststellen, dass trotzdem auch in Frankreich und Europa immer wieder einmal Europa als Symbol für all das missbraucht wurde, was schlecht ist. Es wurde immer zum Sündenbock von Fehlern. Immer wurde zu wenig hervorgehoben, was Europa uns alle bringt, die Freizügigkeit, die Rechtsstaatlichkeit. Wir können uns in Europa frei bewegen. Wir haben so viele Chancen. Wir haben einen Austausch. Wir haben einen gemeinsamen Binnenmarkt. Europa ist etwas so Wertvolles. Aber in vielen Mitgliedstaaten, so leider auch in Frankreich, wurde eben Europa oftmals zum Sündenbock gemacht. Deshalb musste man leider feststellen, dass sich 40 % der Franzosen für Kandidatinnen und Kandidaten entschieden haben, die eindeutig antieuropäisch denken und auch handeln. Wir Politiker reden immer darüber, Europa nicht zum Sündenbock für die Probleme im eigenen Land zu machen. Das ist auch wichtig. Denn es liegt auch an uns, dass wir immer wieder deutlich machen, wo die Vorteile der Europäischen Union sind. Das Wahlergebnis in Frankreich und bei aller Kritik an der EU zeigt uns, dass wir uns noch deutlicher darum bemühen müssen, entsprechend zu handeln, damit die Botschaft des positiven Europas überall vernommen werden kann. Die Europäische Union, nein, sind nicht die anderen daran schuld. Das will ich auch gar nicht sagen. Aber wir haben eine Verpflichtung, weil wir proeuropäisch denken, dass wir das immer in den Vordergrund stellen, welche Vorteile wir über die Europäische Union haben. Auf der anderen Seite, auch da, wo Kritik zu üben ist, müssen wir eine konstruktive Kritik üben, um Europa auch positiv weiterzuentwickeln. Nichts anderes wollte ich damit sagen. Die Europäische Union und ihre Institutionen müssen sich also auch dieser Kritik stellen. Dazu, das ist ganz notwendig, muss auch eine breite Debatte über die Zukunft der Europäischen Union angestoßen werden. Das ist einfach auch erforderlich. Wir haben vielleicht auch eine Chance, gerade weil über die Diskussion im CETA oder auch zu TTIP viele Menschen für Europa noch mehr interessiert haben. Dass man diese Debatte jetzt auch über die Europäische Union weit führt, mit allen Institutionen und auch mit der Zivilbevölkerung. Eine Debatte, was wollt ihr von Europa? Wie stellt ihr euch Europa vor? Dass man diese Debatte auch ganz offensiv führt. Ich bin positiv eingestellt, weil ich glaube, Europa war schon immer ein Projekt, das auch an Krisen gewachsen ist. Wann immer es in der Weltpolitik Änderung oder Weiterentwicklung der Verträge erforderte, hat auch die EU reagiert und sich, na ja, jedenfalls teilweise auch immer wieder neu erfunden. Aber ein Gedanke ist dabei immer auch konstant geblieben. Das, was wir, dass Europa die drängende Frage unserer Zeit nur gemeinsam und nicht gegeneinander lösen kann. So wird die Europäische Union auch die aktuellen Krisen bewältigen. Davon bin ich überzeugt. Denn sie muss sie bewältigen, weil die Europäische Union – hier ist das Wort auch angebracht – für Deutschland auch alternativlos ist. Deshalb heißt es, auch dafür zu streiten. Es gäbe keine starke Bundesrepublik ohne – das sage ich auch noch einmal deutlich – ohne ein starkes Europa. Ich habe die Hoffnung, nachdem jetzt auch das Weißbuch von Juncker vorgelegt wurde, dass dies eine Grundlage sein kann, ein wichtiger Beitrag also sein kann für die Debatte jetzt auch um Europa zu führen. Ich glaube auch, dass gerade entgegen aller Unkenrufe die Europäische Union also dabei ist, gerade diese großen Probleme auch zu bearbeiten. Ich sage Ihnen, wir GRÜNE werden uns intensiv an Junkers Zukunftsdiskussionen beteiligen und auch die Themen einbringen, wo ich glaube, dass sie in Junkers Weißbuch als eigene Bereiche nicht geführt sind. Die Szenarien wissen wir, die kennen wir. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass die Themen wie Umwelt, Klimaschutz und Justiz und Soziales – das soll jetzt noch einmal nachgereicht werden – genauso europäisch über das Weißbuch zu behandeln sind. Wie sieht die Ausrichtung in diesem Bereich aus? Aber es sind auch noch weitere Punkte, die in der Diskussion genauso wichtig sind. Europa braucht eine solidarische und humane europäische Asylpolitik. Sie wurde vorhin schon angesprochen. Wir können nicht zuschauen, wie Menschen immer wieder ertrinken, wie es Mitgliedstaaten gibt, die sich außen vorhalten wollen, die die Flüchtlinge nicht aufnehmen wollen. Das ist eine Diskussion, die wir zu führen haben, eine humanitäre Flüchtlingspolitik, eine Asylpolitik. Diese Debatte müssen wir führen, damit es hier zu Veränderungen kommt. Wir brauchen eine krisenfestere Wirtschafts- und Währungsunion, die Bekämpfung von Steuerflucht und auch den Abbau von sozialer Spaltung. Das, was eben vorhin angesprochen wurde, auch mit Blick auf die Jugendarbeitslosigkeit. Frau Kollegin, Sie müssen bitte zum Ende kommen. Danke. Das kann uns nicht kalt lassen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Ungleichheiten wegkommen, dass diese jungen Menschen innerhalb der Europäischen Union eine Chance haben, dass sie auch für die Europäische Union streiten, weil sie das als ihre Zukunft erkennen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Hessens Zukunft heißt Europa. Ja, das heißt sie wirklich. Es ist daher wichtig, dass sich Hessen entschieden für ein starkes und geschlossenes Europa der EU 27 einsetzt. Deswegen lassen Sie uns um ein besseres Europa streiten. Lassen Sie uns um die Konzepte für eine echte Reform der europäischen Institution ringen. Aber lassen Sie uns dies auf eine Weise tun, in der die Menschen immer noch verstehen können, warum wir die Europäische Union überhaupt haben wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Kollegin Hamann. Vielen Dank.